Jo, guten Tag, da ist wieder euer Omni mit der Tier 2 Zauberbuch-Tier-Liste. Also schauen wir uns mal an. Kunstgriffe, Materium. Wir legen die Materium-Sachen mal zusammen. Da hätten wir nämlich das hier, was schon ein sehr interessantes Buch ist. Stur, Chaos und so weiter. Die liegen auch zusammen. Und dann haben wir natürlich noch die Sonderrolle des Feen, Lichtes und ich glaube auch des Konstruktes. Können wir einmal nach hinten legen und fangen wir mit dem Kunstgriff an. Ja, Kunstgriff hat die Handwerker-Waffen, was eine ganz coole Sache ist, weil 30% mehr Crit-Chance ist halt einfach immer gut. Es trifft keine Fernkäfer, keine Kampfzauberer und keine Unterstützungseinheiten. Immer dran denken. Deswegen trotzdem gut, wenn man auf einer von diesen Einheiten spielt. Ansonsten nicht. Natürlich gibt es irgendwo so ein Bolzenmehrlader ist tatsächlich als Belagungsprojekt ganz cool. Die machen recht guten Schaden. Ist aber jetzt natürlich nie was, wo ich zumindest persönlich sagen würde, ich muss darauf gehen, um diese Sache zu bekommen. Hat halt viel Befestigungsschaden, was ganz cool ist. Ja, kann man auch immer mitnehmen. Eisengolem wird gebaut, nicht beschworen. Wäre eine reine Schildanheit mit nichts Besonderem, aber halt viel AP, recht biefy. Hält gut aus, auch ein Konstrukt. Das heißt, ihr könnt es nachher natürlich noch buffen mit Buch des Konstruktes und so weiter. Dann haben wir die Handwerker-Festung. Ja, finde ich halt nicht so gut. Aber ja, wenn du sie bauen kannst und gerade mal Bock hast, irgendwie, denn statt das bauen zu lassen, ist es vollkommen in Ordnung. Und dann haben wir noch die Belagungsmagie. Und die Belagungsmagie gibt halt 10% Schaden an Unterstützung und Kampfmagieeinheiten und hat Belagungsbrecher. Ist dadurch eine sehr coole Fähigkeit, aber nur wenn ihr halt Unterstützungseinheiten und Kampfmagie spielt. Deswegen haben wir aber in diesem Buch natürlich rundum für alle Einheiten irgendwas. Und das ist ziemlich cool, weil ihr seht, hier kriegen wir Befestigungsschaden. Wir können durch die Bolzenmehrlader nochmal Befestigungsschaden machen. Das heißt, eine Belagerung könnt ihr hiermit wirklich super brechen. Und ihr habt dazu auch noch einen Kritz, 30%, ne? Denkt daran halt, 30%. Das heißt, ihr kritziert eigentlich, wenn ihr ein bisschen drumherum noch habt. Konstant zum Beispiel für Waren natürlich super stark, ne? Also extrem stark, weil es genau in deren Kulturfähigkeit hineinspielt. Also sehr, sehr stark. Golemin ist auch ganz cool. 10 Gold ist immer gut. Und 5 Produktion pro Angrenzen Steinbruch. Heißt, wenn ihr zum Beispiel vorher dieses Gestein, Buch des Gesteins habt, wo ihr schon auf Steinbrüche geht, die das mal mitnehmt, dann habt ihr schon ordentlich an Geld. Und ja, vor allem Produktion. Gewonnen. Golemin Assistent ist auch eine sehr gute Sache. Ihr kriegt eine Einheit, die einfach automatisch mitspawnt, wenn ihr diese Fähigkeit gewählt habt. Ihr wisst ja, je mehr Fleisch ihr auf dem Feld habt, oder in dem Fall Metall, desto besser. Deswegen auf jeden Fall eine lohnenswerte Sache, wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr picken sollt. Manchmal gehe ich drauf, manchmal nicht. Ich merke nur immer, es ist sehr gut, einfach mehr Einheiten dazu haben. Und dann eine sehr starke Fähigkeit. Wir haben ein ganz cooles Buch, das man auf jeden Fall gut nutzen kann. Halt für Belagerungen. Auch gerade Belagerungsmagie darf man nicht auch schätzen. Habe ich immer gemacht. Aber wenn man halt diese Einheiten spielt, gerade Kampfmagier-Einheiten, ist es halt sehr, sehr stark. Und wie gesagt, 30% Crit ist immer super stark. Jo, achten wir das ein. Ja, weiß nicht, das ist schon ein Rundum-Ding. Wird schon ein A ein. Hat jetzt keinen brutalen Mechanismus irgendwie dabei. Aber sehr gutes Rundum-Ding. Also schon sehr gut. Kann auf jeden Fall sehr gut mit spielen. Kann man immer mal nehmen, wenn man nicht weiß, ob man es sonst so nimmt. Und sowohl als Kampfmagier oder Fernkämpfer. Ne, Fernkämpfer nicht. Da muss man auch aufpassen. Wollen wir gerade noch mal gucken. Fernkämpfer hat mir natürlich nichts. Deswegen nicht, dass ich das Lügen verbreite. Als Fernkämpfer kriegt man ja nichts. Also Fernkampfbuch auf keinen Fall. Aber dafür, und das ist ja eine super Überleitung, am Buch der Winde, das ist jetzt mein Augen eins der stärksten Bücher geworden ist. T2, weil wir die Suchaufweite da haben, die uns eine Reichweite geben. Die hatten wir ja vorher im T1-Buch. Deswegen ist das T1-Buch in meinen Augen ja so weit rum abgefallen. Ihr habt ja einfach eine Reichweite. Aber was das Wichtige ist, vorher war das Buch eigentlich nicht immer schlecht. Außer wegen C4-Bogenschütze, der halt die Fernkampfeinheit schlechthin ist. Also wenn ihr mal ein brutales Fernkampfspiel spielen wollt, spielt mal C4-Bogenschütze. Nehmt alle Waffen, die ihr kriegen könnt und benutzt den C4-Schuss. Der hat sechs Reichweite. Macht 34 Schaden. Und dann hat er sieben Reichweiten. Denkt dran. 34 Schaden und fügt allen angrenzten Einheiten auch nochmal 50% des Schadens zu. Wenn davon Maß macht, also wirklich viele Einheiten baut, geht ja sowas von ab. Von daher diese Kombination, dass wir die beide jetzt in einem Buch haben, ist schon sehr pervers. Also wenn ihr eine Fernkampfstrategie macht, jetzt schon länger nicht mehr gemacht habt, weil ich es viel zu oft gemacht habe, weil sie natürlich sehr stark ist. Diese Kombination hier, einfach das reicht schon. Der Rest ist eigentlich komplett egal. Wir haben auch kein Gebäude. Rache der Winde, ja, einen Hex zurückzudrängen ist ganz nett für Fernkampfeinheiten. Ja, hier hat ihn auch so einen Windwüter beschworen, der, ja, H2, T2 Einheit auch ganz okay ist. Wie sie es hier, wir können wenigstens angrenzende Einheiten, also AOE-mäßig Schaden zufügen, ist ganz okay. Das Schaubsturm gibt einfach ein bisschen für den Schaden, aber in einem großen Umfeld und kann geblendet verursachen, auch okay. Und hier können wir, innerhalb von drei Feldern wird es umgelegt und kann betäubt werden, auch okay. Auch ein günstiger Winde, ja, kompletter Schwachsinn. Brauchen wir nicht drüber zu reden. Also nicht kompletter Schwachsinn, aber 80 Mana, 80, ne, das müsst ihr euch auf die Zunge vergehen lassen. 80 Feldsauberpunkte, ja, das ist so bescheuert. Also es ist ja viel zu teuer, gerade beim zweiten, beim T2-Buch, das könnt ihr halt viel zu spät erst benutzen. Wenn man da irgendeinen strategischen Nutzen hat, ja, dann macht es gern, aber ja, insgesamt, die beiden Sachen macht es halt schon zum sehr guten Buch, aber jetzt zu keinem imbalancen, total krassen Buch. Aber eben durch die Sucherpfeile ist es deutlich nochmal nach oben gegangen, in meinen Augen. Und wie gesagt, spielt einfach mal C4-Bogen-Schütze, macht einfach mal alle Buffs drauf. Leute, dann wisst ihr, was ich meine, das ist wirklich brutal. Ja, und deswegen würde ich jetzt schon mittlerweile A einorten, auch wieder nicht S oder sowas. Aber A, das ist halt wirklich meine Augen die stärkste Fernkraft-Einheit, die ihr noch buffen könnt. Da geht nichts drüber mit einem AOE-Effekt, einfach super cool. Das ist schon ein absoluter Bombardierer mit Meteor-Pfeilen, die ja auch noch später kommen, natürlich brutalst overpowered, also wirklich extrem stark. Ja, plus halt von T1 die ganzen Bustümer auf Fernkraft-Einheiten noch mit den Pfeilen drauf machen kann. Dann gehen wir jetzt zu den Naturbüchern. Ja, Buch der Lichtung, Lichtungsläufer ist auch gut, aber nicht so gut wie der C4-Bogen-Schütze. Hat halt, ja, kein AOE, sondern einfach normales Bugenschießen, total langweilig und markiert. Ist mit der Räuberkultur ganz nett, aber auch da, weiß ich nicht, eigentlich will ich mit dem Räuber ja dann auf meinen Musketen spielen, aber ihr könnt halt hier tatsächlich die Mechanik markiert ausnutzen. Ihr wisst ja, wenn ihr an einer Videos geguckt habt von mir, was ich von dieser markierten Fähigkeit der Räuberkultur halte, nicht viel. Deswegen, ja, man kann aber damit so spielen. Aspekt der Wuchzel ist ganz cool, weil ihr kriegt dann Aspekt der Wuchzel, was heilt. Also ihr könnt eure Schildeinheiten zum absoluten Tank machen, richtig gut. Umrangte Beschützer sind auch deswegen nett, weil sie auch den Heilsaft haben, der ähnlich wie es, ähm, also jetzt schon wieder verwuchten, ach jetzt, ja, Aspekt der Wuchzel, ja, genau, ergibt Sinn. Ähm, dass sie da 30 heilen und er selber kann sich auch nochmal und alle Angrenzenden um 20 heilen. Das heißt, der Typ kann sich mal kurz um 50, ähm, HP heilen, was halt extrem krass ist. Man kann ihn halt nicht so gut buffen, aber natürlich, also nicht mit, ähm, Transformation, aber halt mit, ähm, ähm, Verzauberung. Deswegen ist er schon sehr stark. Also da kann man wirklich einen Kampf sehr rausziehen, wenn man das möchte. Ist natürlich immer so eine Sache, will man das. Aber ist auf jeden Fall keine schwache Einheit. Ja, weil der Zeugen erzeugt halt Wald oder Pilzwald, ja, kann aber auch bei vielen Geländerarten nicht eingewertsetzt werden. Und wir haben Blatthaut, da kriegen wir Widerstand, Waldwanderung, Waldtarnung, ähnlich wie beim Gestein mit dem Erdwesen, jetzt sind wir bei Blatthaut. Ja, es ist okay, dann nimmt man halt mit nebenbei. Dann haben wir die Heilige Weide, gibt 10 Nahrung und plus 5 Stadt Stabilität pro Nexus, ja, ist okay, ne, also, ja, und dieser Buff daneben braucht nicht zu werden, ermutig, toll, ja, bringt nicht so viel, ist okay. Okay, ne, wie gesagt, Affilität ist sehr gut, das wissen wir. Waldhüter ist auch ganz cool, wenn man halt wirklich überall Wald hingesetzt hat, aber auch wieder sehr nischenhaft. Also, ist ein okayes Buch, aber jetzt nicht vergleichbar mit den anderen beiden, die wir gesehen haben, obwohl ich Aspekte wuchzele in Kombination mit anderen Heilfähigkeiten oder halt diesem Ohranken-Beschützer schon ganz nett finde und ganz cool finde. Ja, dementsprechend, das war das hier, glaube ich, kommt das in B. Wenn wir es jetzt mit dem vergleichen, ist das in meinen Augen schwächer, obwohl es schon B plus ist, also das kann man schon auf jeden Fall mitnehmen, spiele ich auch ab und zu mal gern, aber ich merke in letzter Zeit immer mehr, dass ich es übergehe, obwohl ich es ja eigentlich gar nicht schlecht finde. Dann gehen wir auf das, hier das, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, Pflanzen, äh, guck mal einfach mal. Äh, wo sind wir am, Fruchtbarkeit, naja, natürlich, ja, wie kann ich das denn nicht wissen? Ähm, Pflanze erwecken, ja, können wir halt diesen Pflanzenstachler oder Blumenstachler hervorholen, durch eine Flora Hindernis, ja, ist halt im Kampf, deswegen ganz okay, aber dann hat man das schon mal nicht immer wirklich oft. Dann haben wir nach Einberufen pro Bevölkerung, finde ich nicht so cool. Da gibt es halt mit den Wissensgebäuden, Konvent und so viel bessere. Dann, ähm, können wir hier, Grasland wird es halt, ja, funktioniert auf Ödland und, äh, Pilzfelder im Untergrund, nicht auf Berg- und Eisgelände. Ja, ist halt Terraforming, wie soll ich das dazu sagen, ist nichts, ich finde in dem Spiel nicht so bewegend, außerhalb mit ultimischer Kultur, aber da hat man ja schon einen eigenen Mechanismus, deswegen braucht man das halt einfach nicht. Nymphel ist sehr stark, äh, für den Unterstützungsanhalt sehr stark, muss man ja sagen, weil sie halt Verführen hat, Verführen, da könnt ihr die Gedankenkontrolle benutzen, was sehr gut ist, wenn ihr das halt hinbekommt, ist es natürlich so ein Münzwurf, deswegen spiele ich da auch sehr selten drauf, weil ich natürlich mehr auf so, wie sagt man es, ähm, äh, Stabilität eingehe, also nicht so auf Zufallsprinzipien. Wenn das natürlich mal klappt, so ein Verführen, ist natürlich cool. Ich hatte ja mal bei, ähm, Planet 4 mal so ein Map, da hatte ich ja auch irgendwie 80 Runden, 80 mal den Kampf wiederholt, damit ich nicht übernommen werde, um den dann doch noch zu gewinnen. Das ist halt sehr zufallsbasiert alles. Die hat ja aber nur eine 60% Chance, das heißt, es ist ja nicht gerade, ähm, klappt nicht sehr oft. Beim Gegner, finde ich, gefühlt, ist natürlich immer so, man fühlt sich da immer betrogen, gefühlt häufiger und bei einem selber nicht. Da ist sie okay, kann man gut machen, kann auf jeden Fall was drumherum spielen, kein Problem. Und Regeneration. Parkreiche Felder, wir kriegen Nahrung und jede Farbe gibt nochmal Nahrung, Einberufung, ja, ist okay. Da kann man dadurch Feudalismus zum Beispiel, die ganz normalen Fähigkeiten mehr nutzen, hat man mehr Nahrung und das geht auch wesentlich einfacher, braucht man nicht dieses Buch zu nehmen. Also ich finde das Buch nicht so beeindruckend. Also gerade die drei Sachen hier, äh, Schulterzucken, ja, könnt ihr da von mir nicht erwarten, das Beschwören, ja, sehr situativ. Und die Nymphe ist ganz cool. Also gerade wenn ich das auch mit, ähm, T1 Büchern vergleiche und da teilweise Sachen halt kommen, die richtig krass sind, so wie diese Ranken oder sowas. Und dazu noch Verzauberungen, die wir ja gar nicht haben. Keine Einheitenverzauberung ist meistens sehr schlecht, auch keine Transformation ist sehr schlecht, von daher kommt es ins C. Also in meinen Augen ist das nicht so super, da hilft die Nymphe auch nicht, um da irgendwas wieder gut zu machen. Dann gehen wir jetzt auf die Chaos-Geschichten ein. Ja, das Buch des Chaos, ähm, ganz coole Sache. Haben Gremlin beschworen, die sind ganz nett. Eine T2-Einheit, aber hat hinter dir als Fähigkeit, was schon, ich meine gerade bei der KI sehr gemein ist, macht halt 20 Schaden. Und die Einer dreht sich dann 180 Grad, wodurch man mehr Flankieren ausnutzen kann. Finde ich ganz cool. Und er hat eine Dislokation, das heißt, wenn er getroffen wird, teleportiert er sich weg, einmal pro Runde. Das ist auch immer eine sehr starke Fähigkeit. Ist ganz nett, aber 60 AP ist natürlich schon sehr squishy. Auch kann man auf jeden Fall mitnehmen. Alles Unglück ist dabei ein bisschen wichtiger. Wir haben im Fernkampf jetzt eben gesagt, haben wir C4-Bogen-Schützen. Hier seht ihr sowohl Fernkämpfer als auch Kampfmagier werden gebufft, was sehr cool ist. Und da können Unglück hinzufügen, wobei sie dann noch 8 Schaden erleiden, wenn sie einen Fehlschlag machen. Und wir können diesen Stack halt dreimal machen. Das heißt, wir können auf 55% kommen, was schon ziemlich mächtig ist, wenn er das gut koordiniert. Gerade mit so einem C4-Bogen-Schützen. Eigentlich eine ganz coole Sache. Dann haben wir zwei Unglücke einfach hinzufügen. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Und hier infektiose Tollheit heißt, dass sie unkontrollierbar ist. Also Tollheit. Nicht steuerbar und greife zufällige Einheiten, egal welche, in einem bestimmten Umkreis an. Ist eigentlich ganz cool. Aber auch wieder sehr zufällig, weil gut 90% ist nicht niedrig. Aber ihr müsst natürlich gucken, hat die Einheit genug Statuseffekte oder zu wenig Statuseffekte, dass es auch wirklich funktioniert. Aber das Wichtige ist, ihr kriegt halt immer Tollheit. Also seht ihr es hier. Deswegen ist die Fähigkeit tatsächlich, auch wenn ich es sehr wenig nutze, aber schon sehr cool, dass ihr hier die Tollheit bekommt. Ich glaube, infektiöse Tollheit, dass man halt die Einheit, die Nächste Einheit auch noch damit anstecken. Eigentlich ganz cool. Nutze ich sehr wenig, wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich eine coole Fähigkeit. Aber Tollheit ist schon sehr mächtig. Bei Heroes of Might and Magic oder sowas ja auch. Alles, was Einheiten gegeneinander hättest, sodass sie nicht die Kampffähigkeit gegen deine Einheiten anwenden, ist natürlich immer super. Dann Verwirrung, ja, wieder Unglück, das Belagungsprojekt, diesmal 3-Welt-Festigungsschaden. Ja, ist okay. Finde ich eigentlich auch mal ganz nett, aber das ist halt nicht, warum ich das Buch wählen würde. Wir haben kein Gebäude dazu und wir können wieder Unglück verursachen. Ist okay, das Buch. Grimli sind ganz nett. Das muss ich sagen, finde ich besser, als ich gedacht hätte und wir haben halt noch mal einen Buff für unsere Fernkämpfer. Aber insgesamt ist es kein überragendes Buch. Ich würde nur für mal das Unglücks würde ich es nehmen und ja, Grimli kann man nebenbei mal beschwören. Beschwören ist ja immer gut, dass wir dann zusätzliche Einheiten haben. Da gibt es halt einfach auf T2 schon bessere beschworene Einheiten, wie jetzt diesen Sichter oder sowas. Von naja, ja, oder auch Triade selber ist, glaube ich, auch ein bisschen besser. Wobei der hier schon gute Glaskanone ist, so ist es nicht. Ja, deswegen, keine Ahnung, ich meine, mal das Unglück ist schon ganz nett. B- ist in Ordnung, kann man machen. Würde mich jetzt nicht vom Hocker hauen, da gibt es schon deutlich besser, die hier noch kommen werden. Aber ja, gehen wir zum nächsten. Das ist nicht durch Einzelbessern. Und zwar Lustbarkeiten. Da haben wir vorhin des Gemetzels. Ja, das ist ziemlich schwach. Also 30% mehr Erfahrung aus dem Kampf. Wow. Skalde ist ganz cool. Da haben wir dieses Gemetzel. Sehr viel Buffs, die die verursachen kann. Gestärkt und Glück. Mobilisieren und Regeneration. Das heißt, wir kriegen hier nochmal schön jede Runde Moral dazu. Macht Feuerschaden. 80 HP ist auch ganz solide, finde ich, für eine Unterstützungseinheit. Würde ich auch wieder nicht wählen. Also nicht dieses Buff wählen, aber ist eigentlich eine ganz coole thematische Einheit. Das ist halt sehr, sehr stark. Blutwurfwaffen sind so eine der einzigen Fähigkeiten, die es später nach den T1-Büchern gibt, die auch nochmal wirklich Schaden einfach dazu machen. Und ihr seht halt, das betrifft keine Magier, keine Fernkampfeinheiten, aber Plänkler wohl. Ihr kriegt aber einfach Nahkampf, physisch, Fernkampf, also physischen Nahkampf und Fernkampf gegen 2 physischen Schaden dazu und plus 5 Moral, wenn man was tötet und gestärkt. Ist schon ziemlich cool. Also gefällt mir mal sehr gut, gehe ich immer drauf, wenn ich irgendwie Schockeinheiten spiele, Stangeneinheiten, also alle Spiele außer dem Fernkampf und Magier natürlich. Und wir haben noch ein cooles Herz des Zechers, das heißt, wir kriegen mehr Moral aus allen Quellen, das heißt, mehr Critz, mehr Critz gleich cool und spielt natürlich auch viele Strategien mit rein. Werde ich aber in letzter Zeit auch wieder weniger, kommen wir aber noch gleich dazu, warum. und ja, Belagungsprojekt, weniger Moral und wir haben mehr Moral, ja, langweilig. Garnet des Fleisches ist auch ganz nett, jede Farm drumherum gibt 7 Nahrungen und, nee, Entschuldigung, 7 Nahrungen, 7 Einberufen gibt die Gebäude an sich und 3 Nahrungen, 3 Einberufen nochmal für jede Farm. Ist, ja, okay. Jung für Sechers, das ist tatsächlich sehr cool, also das ist die Fähigkeit, die in meinen Augen das Buch hier nochmal deutlich nach oben hebt, weil ihr einfach plus 20% Schaden auf kritische Treffer ballert, wenn ihr das mit euren Helden nehmt. Wenn das halt kombiniert mit Herz des Sechers und zum Beispiel dem Buch der Handwerker, das ist halt brutal, also hier Kunstgriff, ja Kunstgriff. Habt ihr plus 30% das normal, ne, wieder auf Schild einhalten, Schockeinheiten und so weiter, nicht Fernkampf, nicht Magier, 30% Krit Treffer und kriegt hierdurch dann nochmal 20% mehr Schaden dadurch. Plus hier nochmal die Erhöhung davon, das ist für Barbaren halt, wow, das ist brutal. Deswegen ist das Buch schon gut, aber jetzt nicht überragend. Ja, packen wir, ups, auf jeden Fall hier vorne mit hin. Ich weiß nicht, ob ich das in A sogar reinlege. Ne, es ist eher so eine B-Sache, glaube ich. Eigentlich müsste ich das sogar in S reinlegen. Ich glaube, ich werde gar kein S bekommen, wenn ich das so gerade sehe. Wenn wir sehen. Dann kommen wir zu dem Wahrnehmungsbuch. Ach, Vorhersehen, Entschuldigung. Tichter ist super stark, hellserischer Blick, ist eben kein AOE, aber 60% betäubt, 36 Schaden, zweimal markiert, ist im Vergleich, das mal mit diesem Lichtungsläufer, das ist halt viel besser. Klar, es hat drei Aktionspunkte, aber hat auch sechs Reichweite. Das heißt, jetzt hätte er ordentlich dabei. Also diese Einheit ist wirklich, wenn ihr Kampfmagie nicht auf eure Kultureinheiten machen wollen, sehr, sehr stark. Oder mischt ihr einfach mal ein bisschen mit rein. Extrem starke Fähigkeit, wirklich diese hellserische Blick. Generell ist es auch okay Beef wie für einen Kampfmagier. Auch gute Verteidigung. Kann man generell nur empfehlen. Geführte Projektil ist cool. Kriegt halt keinen Abzug durch Verschleierung, im Weg stehen Einheiten und so weiter. Meistens denke ich, ja, muss man nehmen, aber irgendwie kommt es bei mir so am Schluss erst, wenn überhaupt, weil ich meistens vom Positioning so durch die KI so geleitet bin, dass ich eigentlich das nicht brauche. Aber ist trotzdem eine sehr gute Sache für die vier Einheiten, die da gebufft werden. Dann kommt sowas, ja, die gewährt Gesicht, mir egal. Ja, hier wird markiert, können wir also wieder mit Räubern spielen, können wir mit dem Sichter ja auch machen natürlich und haben gespalten Widerstand. Ja, kann man machen. Drum ist klar am Weg es kompletter Schwachsinn, also sorry, das brauche ich nicht, dafür brauche ich keine Produktion auszugeben. Vorkenntnis, ja, da auch bei uns halt die beim Helden dann Verschleierung und im Weg stehende Einheiten werden nicht betroffen. Ist, also der Sichter ist super cool, der Rest ist eher so, also geführte Projektile ist auch okay, aber der Sichter ist halt super cool. Ist aber jetzt kein überragendes Buch. Ja, würde ich so bei C einordnen. Ach oh, nee, komm, bei B muss schon B sein, ein bisschen nach hinten. Der Sichter ist schon sehr cool, eigentlich der Sichter alleine ist schon wirklich stark, gerade so, wenn man das zweites nimmt, das drittes nimmt das Buch und dann direkt Sichter rauspumpt. Ist schon sehr krass. Ist halt eigentlich wie der C4 Bogenschütze. Einfach eine T3 Einheit, die wirklich, hat die wirklich brutal Schaden raushaut. Bei den Support Einheiten und Schild Einheiten ist das ja nicht so wirklich der Schaden. Hier auch ja die Schild Einheiten. Aber der Rest ist halt zu schwach. Dann nehmen wir mal nach vorne irgendwo, aber der Rest ist halt auch geführte Projektile. Ist gut, aber das war's. Dann Buch der Beschwörung. Das ist eigentlich ganz nett. Ich benutze es eigentlich so gut wie gar nicht, obwohl ich sage, das ist ganz nett. Aber weil ihr halt zwei Beschwörungsfähigkeiten hier bekommt. Du kriegst die astrale Schlange. Das ist die, diese Astralmembrane, total ätzend, dass man betäubt, mit dem Bild betäubt belegt wird, was ziemlich nervig ist und kann sich halt teleportieren mit einem Schaden dabei. Angrenzende Einheiten, also auch AOE-theoretisch, wenn man's gescheit macht. Passwort auf alle drei Aktionen, aber auch sechs Reichweite. Und die Astralhüter, das ist halt ein Heiler, eine Support Einheit. Ja, also man hat eine gute Auswahl magischen Einheiten, finde ich eigentlich ganz cool. Ich fände es wohl schön, wenn man da irgendwie ja, wie heißen sie? Astralriss? Ja, das sind ja nur Astral-Einheiten. Aber wenn man diese Einheitenart, die so ein bisschen Eldritch Horror-mäßig sind, dass man die nochmal bufft. Aber das wird ja vielleicht beim nächsten DLC kommen. Das heißt ja nicht umsonst Eldritch Realms. Na, gucken wir mal, was da so passiert. Und Arcana-Herstellung? Ja. Magischen Ursprungs kriegen in den 25 AP. Ja. Okay. Magischen Ursprungs wird extrem gebufft. Finde ich ganz cool, dass sie ja Al-Hupsala gestärkt bekommt. Ja, der Mensch und so, finde ich eigentlich eine coole Sache, wenn man halt auf magischen Ursprungs spielt. Es gibt ja auch viele andere magische Ursprungseinheiten, wie Untote sind auch alle magischen Ursprungs. Das heißt, das könnt ihr tatsächlich nutzen. Also sehr, äh, gar nicht nett. Und Arcana-Bindung, das ist auch nicht schlecht. Gedankengesteuert oder 30 Schaden bei einem magischen Ursprung. Das heißt, ihr könnt Untote Einheiten übernehmen und so weiter und so fort. Das ist auch eine ganz coole Fähigkeit. Jetzt auch nichts Besonderes, aber, also nicht überragend, aber ist okay. Tier plus 2 Mana plus 2 Wissen pro Angrenzen Nexus ist tatsächlich ganz cool. Kampfbeschwörungstauber in dem Gebiet ist, glaube ich, für Multiplayer ganz cool. Für Singleplayer braucht man es eigentlich nicht, wenn man meistens immer draußen kämpft. Aber, ja, kann man mitnehmen. Aber das an sich, wenn man viele Nexi bauen kann, dann ist das natürlich eine ganz coole Sache. Ist aber auch, glaube ich, schwerer wieder als bei einem Alchemist, zum Beispiel beim Buch. Und ihr kriegt hier so ein Astral-Urlicht dabei. Das ist natürlich sehr cool, weil die sind extrem stark, auch wenn sie nicht so aussehen. Wir haben ja keine AP und so, aber dieser Schaden, den die raushauen, ist halt einfach brutal. Dreimal, also wiederholender Angriff, gespalzener Widerstand und er hat neun Schaden mit drei verschiedenen Channel-Arten, äh, Schadensarten. Das ist schon ziemlich cool. Trotzdem nehme ich das sehr selten, aber ist ein solides Buch. Er hat keine Verzauberung dazu, keine Transformation dabei, ist sehr situativ, deswegen, ja. Deswegen, ja, ne? Also nehme ich bei C. Ich finde es, also ich nehme es eigentlich nie. Ich verstehe aber, wenn jemand sagt, ich nehme es auch bei B oder sonst irgendwas, weil man halt diese Buffs hat. Es ist halt im Ehrlich ganz cool, aber mich haut es ja nicht weg. Das ist eigentlich so ein Buch wie das hier, das nehme ich eigentlich nie. Diese beiden, das sind immer die, nee, brauche ich nicht. Dann nehme ich wieder das hier oder halt eins von den anderen. Das sind so Bücher, die nehme ich dann nicht, obwohl er ein cooler Waffbar ist, aber vielleicht will ich ja im Kampf was anderes zaubern, was mehr Impact hat und ja, dann nehme ich das eher. Dann gehen wir mal auf die Ordnungsbücher. Ja, und zwar haben wir mächtige Sanftmut, was ganz nett ist, Stufe 1 Einheiten, das ist wieder was für die Leute, die auf Horde spielen und nur Stufe 1 Einheiten spielen wollen. Ja, könnt ihr euch dann gönnen. Ich, für mich ist es nichts, aber es ist halt dieses, je stärker die Gegner schadet, desto mehr Schaden ist ganz okay. Mit der ganzen Kombination von dem Bastard ist es natürlich sehr stark. Ich persönlich spiele es nicht sehr gern. Dann das Leuchtfeuer ist eigentlich auch ganz cool. Das spiele ich aber auch sehr selten, aber ich kriege jede Runde dann halt für mehrere Runden, also drei Runden. Zwei Felder, 5 HP, 5 Moral. Sollte man eigentlich mal mitnehmen, ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber benutze ich halt auch so gut wie gar nicht. Bündnis des Glaubens nur für Vasallenmobilisierung oder wenn ihr wirklich viele Schweine Städte da habt. Wenn das aber benutzt, sehr cool, weil 15 Mana pro Runde ist schon ziemlich cool und ihr könnt alle zu Gläubigen machen. Habe ich in meinem Vasallenmobilisierung Spiel auch zu spielen, sonst braucht man es halt so gut wie nicht, ist klar. Aber 15 Mana sollte man nicht unterschätzen, so einfach mal fast kostenlos nebenbei. Gesegnete Verstärkung, da stürzt mein Spiel ab, kann aber auch natürlich irgendwelche Mods liegen, keine Ahnung. Geht man einfach seinen Vasallen halt, gesegnete Seelen. Die sind cool als Einheit, aber ich kriege ich eher nicht, von daher relativ langweilig. Der Lichtbringer kann bekehren, was ganz cool ist, nur 90% beherrschen, dass ihr behaltet wirklich die Einheit und sonst gibt es 15 Schaden, dadurch sehr cool. Ist auch ein wiederholbarer Angriff mit 10 Geistschaden, was auch ganz cool ist. Eigentlich eine ziemlich starke Einheit, weil es auch eine Kampfmagier-Einheit ist. Also ich benutze sie sehr selten, weil wenn ich Ordnung spiele, spiele ich meistens was anderes als Kampfmagier, aber ich glaube, da kann man schon einiges mit machen, wenn man da geschickt ist, weil Bekehren halt wirklich sehr stark ist. Ihr müsst wohl auch nah dran sein. Und dann haben wir Krieger der Gläu... Oh hey, weg da. Weg. Hui. Krieger der Gläubigen. Die Einheit wird Gläubiger, also nur der Held. Und die Gläubige Einheit, die keine Helden sind, erhalten 20 Moral. Ja, ist okay. Also insgesamt, das spiele ich nicht. Das ist auch sehr stark natürlich mit der Rush-Kombo. Das ist ganz nett. Das nur für Vasall-Mobilisierung. Das ist bei mir verbuggt, ist aber auch einfach nicht nützlich. Und Lichtbringer sind ganz cool. Finde ich persönlich aber schwer immer zu vereinbaren irgendwo. Ja, und deswegen Krypt hat auch eine kühle 3, würde ich sagen. Also kühle C, würde es noch ein bisschen besser sagen, als das, weil man halt diesen Dingensler hat. Obwohl, ja, der hat ja zwei Verschwörungseinheiten. Also eigentlich selbe. Ich finde es halt nicht so spannend. Finde ich halt so gut wie nie Leuchtfeuer. Muss ich einfach sagen. Der Buch der Inquisition finde ich dann besser, glaube ich. Ja, doch, weil der Inquisitor, da kann man einiges draus machen. Wenn man auf Plänkler spielt mit diesem Urteilsbolzen, der übrigens auch Stun, hier betäubt, geben kann, extrem stark. Also wirklich nervt, wenn die KI die benutzt, die benutzt sie sehr gerne. Das Tribunal ist sehr stark, weil ihr einfach pro Bevölkerung Wissen kommt und zwar in Stadtstabilität mit dem Korven, natürlich eine super Mischung. Inquisitor mal, ist aber cool, wieder für Fernkämpfer, wieder geschwächt und verlangsamt hinzufügen und verurteilt. Also ganz viele verschiedene Debuffs. Ist auch nicht immer so mein absolutes Go-To-Einheitenverzauberung, aber ist trotzdem auf jeden Fall solide. Kann man mitnehmen, gerade in Kombination mit Inquisitor oder wenn ihr irgendwas habt, was zum Beispiel verlangsamt ausnutzt, wie beim Cryoman T. Da könnt ihr mehr Schaden gegen verlangsamte Einheiten machen. Ist das auf jeden Fall ganz cool. Das ist der Schuld. Faltliche Zielearmee kriegt einfach Schaden und kann sich weniger weit bewegen. Ja, kann man mal benutzen. Ist aber mit 80 auch recht teuer. 80 Weltzauberpunkte. Und ja, einfach 10 Geistschaden und verurteilt. Ist okay. 10 Eintreiber finde ich wiederum cool. Den spiele ich nämlich sehr gerne mit Feudal. Dann habt ihr nämlich schon ganz viel Farmen gebaut, um eure ganzen Farmenaktivatoren, sage ich mal, mitzunehmen. Aber ihr könnt auch Förster rein benutzen, was ganz gut ist. Kriegt ihr ordentlich Gold dazu, wenn ihr das geschickt macht. Finde ich nicht schlecht. Und Eifer ist halt, dass der Held einfach mehr Schaden, Geistschaden macht. Also ich finde es schon ganz cool, gerade durch den Inquisitor, Smart Inquisitors und Tribunal und 10 Eintreiber. Also wir haben ein gutes Paket. Die beiden Sachen finde ich jetzt eher, bei Massenverdammung finde ich nicht so sinnvoll. Aber der Rest ist schon sehr solide. Ja, würde ich hier ein B irgendwo einordnen. Boah, würde ich mit nach oben nehmen, weil man kann den schon sehr gut als Plankeneinheit benutzen. Der kann schon durchaus was. Der kann auch gut reinhauen, der Inquisitor. Gerade wenn man alles gestunt, kriegt das schon sehr brutal. Dann gehen wir mal auf die Schattenbücher. Buch der Seelen. Ja, da haben wir natürlich jetzt wieder das Neue. Buch der Seelen ist halt, dass wir jetzt Tüten von Nicht, der ist wichtig wieder, da muss man ja immer dran denken, nicht volksspezifischen Einheiten, also Trolle, Drachen, weiß nicht was. Stufe 3 bis 4, nicht, ja gut, nicht Drachen, also die jungen Drachen gehen. 3 bis 4 könnt ihr Seelen ausgeben, Knochenschrecken zu erschaffen. Extrem stark. Also ihr habt es ja hoffentlich meinen Let's Play gesehen. Wenn nicht, guckt es euch an, verdammt. Da seht ihr nämlich dann, wie viel ihr da pro Hunde beschwören könnt. Also jeder Kampf gibt euch halt ein Knochenschrecken. Ihr könnt den mit dem Nekromanden wieder erschaffen, also wieder beleben und so. Total krank. Richtig gut. Seelenüberschuss, ja. Kilo mehr HP, was sehr gut ist und bestärkt, ist in Ordnung. Seelenbinder ist wiederum sehr cool, weil 20% gegen Seelen gebundene Einheiten. Wir machen ja hier hauptsächlich immer Seelengebunden drauf. Das heißt, sagen wir einfach mal, ja, 20% mehr Schaden, was sehr cool ist. Gerade wie für Kampfeinheiten, wenn ihr Untote spielt, meistens, habe ich ja schon mal gesagt, nehm Kampfeinheiten, Kampfmagier-Einheiten dazu, weil die einfach am besten kombinieren. Oder halt ganz viele Nekromanden, ist auch okay. Und dann wiederherstellung der Untotenarmee, könnt ihr einfach, ja, heilen. Bedorben Seele finde ich absolut kacke. Keine Ahnung, sagt mir das anders. Ich finde die einfach schrecklich. Ich mag die Einheit überhaupt nicht. Ist ja mal ein Insta-Kill. Okay, war der halt total, ich weiß nicht, ihr kriegt den nie zu nutzen. Ich finde auch sehr schade, dass man mit Untote beschwören, jetzt diesen Typen hier beschwört. Ich finde den einfach nicht gut. Überhaupt nicht mein Ding. Da finde ich die Banshee 10.000 besser, zu der wir ja gleich noch kommen. Und Seelensammler auch dasselbe Seelengebunden. Alle Standardangriffe ist ganz cool. Ihr kriegt also auch mehr Schaden. Eigentlich eine sehr starke Fähigkeit, kann man nichts gegen sagen. Und schaffen anstatt Naffität. Also an sich natürlich wie das müsste als Dekromand mitnehmen Buch. Ist auch mit Seelenbinder ganz cool, nur mit den Nebeneinheiten, die ihr habt. Aber ja, doch, ist gut. Ich hasse aber die verdorbene Seele. Prove me wrong. Ich finde die absolut nutzlos. Ist halt natürlich ein Insta-Kill, aber ich habe die noch nie zu bearbeiten bekommen. Aber könnt ihr mich mal überzeugen, wenn ihr wollt. Ja. Ja, muss halt B einfach schwimmen, weil wir halt tatsächlich den Knochenschrecken beschwören können. Dadurch ist es natürlich sehr stark. Der Knochenschrecken ist natürlich super cool. Von daher auf jeden Fall mitzunehmen. Müsste als Nekomand halt machen. Sonst kommt ihr mit eurer Nekomandie nicht weiter. Die Einheit, wie gesagt, ist halt kackiges. Dadurch für mich irgendwo im B-er-Bereich, ob das vorne oder hinten ist, mir eigentlich relativ egal. Habe ich jetzt nicht so Gefühle für. Ich sage mal, der Knochenschrecken ist halt das, was es nach oben bringt. Sonst wäre es, glaube ich, noch tiefer mit dem Kutonenschrecken ist es halt besser. Kommen wir jetzt zu Banshee. Das ist wesentlich besser. Denn hier können wir die Todesfee herbeirufen. Die ist einfach super gut. Kampfmarge einer T3 ist eh schon mal super gut. Haben wir eben auch schon im Sichter gesehen. Wir haben natürlich unser Wiederhubartangriff und wir haben eine AOE-Fähigkeit, womit man einfach immer mehrere, ja, einige Felder sich bewegen kann. Ne, Entschuldigung. Ach, Phasenanpassung haben wir dafür, um uns sechs Felder zu bewegen. Dann lassen wir eine Aktion übrig und können immer wehklagen der Todesfee machen, was zehn Schaden macht und die Moral sinkt und Geschwächten zufügt. Was extrem stark ist. Und das sind zwei Felder. Das heißt, ein riesiger AOE. Sehr stark. Wenn wir den Rest angucken, wird es auch noch immer besser. Das ist nicht so wichtig. Feind, Armee, Zauber, drei Runden demoralisiert. Also weniger Moral. Ja, kennen wir. Verzweifel verursachen weniger Moral. Aber das spielt sich halt deswegen so gut herein, weil wir hier das haben. Klauen auch mit jedem Treffer drei Moral. Wenn ihr da richtig hart drauf spielt, Moral abzuzieht, könnt ihr teilweise Kämpfe gewinnen in zwei, drei Runden, weil einfach alles bricht, sobald ihr zwei Einheiten getötet habt. Schon sehr cool. Das heißt, ihr habt Freundenabsauger, steht die Moral als Transformation. Und grausame Waffen, wo ja auch nicht die Magier, nicht die Fernkämpfer, aber alles andere bufft und dann 30% mehr Schaden gegen Einheiten macht, die eine niedrige Moral haben. Was auch sehr cool ist. Finde ich sehr gut. Spiele ich sehr gern mit. Natürlich auch wieder, wenn ich Schockeinheiten spiele, Spielschild, Einheiten, Kämpfeinheiten und Plänkler, Einheiten. Also Inquisitor zum Beispiel wäre auch ganz cool dafür. Natürlich nicht bei den Sachen, die nicht gebufft werden. Aber allein für die Todesfehler ist dieses Buch schon super cool, wenn einen starken, untoten Kampfmager braucht für eure untote Armee, weil der Nekromant spielt, ist das absolute Way to go. Super, super gut. Sehr stark. Kann man nichts gegen sagen, die Einheit. 90 HP ist auch sehr solide. 5 Rüstungen, 3 Widerstand. Einfach klasse. Und unterhalb Tiefengraben ist auch ganz cool, wenn ihr nämlich richtig böse seid, kriegt ihr eh schon 10 Wissen, 10 Mana schon. Allein dafür lohnt es sich. Und ihr kriegt nochmal plus 3, plus 3 für jede Einstellungsstufe unter Neutral. Und ich habe ja schon mal erklärt, das geht wesentlich einfacher, unter Neutral, also böse zu werden, als gut. Und eure Helden können halt auch 3 Schaden mehr machen gegen niedrige Moraleinheiten. Also Einheit mit niedriger Moral. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, so ein Allround-Talent kommt natürlich auf jeden Fall in die A. Ich glaube, es war noch ein bisschen höher, weil Todesfehl hat wirklich starkes. Die haben halt keine starke Einheit dabei, aber kommt schon in die Richtung ran. S haben wir noch immer nichts. Ich glaube, da kommt doch noch was. Müssen wir mal schauen. Ja, haben wir Konstrukt. Ich mag die nicht. Also ich mag ja immer diese DLC nicht, das wisst ihr ja mittlerweile. Ich mag den Bronzemul, der ist cool, den müsst ihr aber bauen. Aber der ist eine solide Einheit, wird aber relativ schnell auch wieder schwach. Beziehungsweise müsst ihr die relativ früh bauen. Ist ja auch ein T2-Buf, oder ist das möglich? Und dann habt ihr dieses ganze kaskadierendes Kommando. Schon an, der Name ist schon bescheuert, aber egal. Das heißt, du musst das auf ein Ziel-Konstrukt oder verbundene Geister, was in der Transformations, die da unten steht, anwenden. Und dann kriegt die eine Runde wachsam und wirkt im Verteidigungsmodus gesetzt. Und geht halt immer weiter auf alle anderen herum, die das gleiche als Konstrukt haben. Verbundene Geister, wie gesagt, kriegt ihr halt diese Fähigkeit, diese Sachen zu nutzen. Und wir kriegen Hyperwahrnehmung. Aber nur wenn man nebenbei mit verbundenen Geistern oder sowas ansteht, dann ist man immun gegen Flankieren. Ist okay, ne? Kompositverteidigung ist dann ja ganz nett, aber auch wieder muss man halt angrenzend sein. Eine Verteidigung, eine Widerstand, nur Schild-Einheiten, nur Stangeneinheiten, Stangenwaffeneinheiten. Da gibt es halt Besseres einfach in meinen Augen. Und hier kriegen wir halt eilig gestärkt und das ist wieder dasselbe wie beim Verteidigungsding. Das finde ich alles irgendwie nicht so beeindruckend. Der Arbeiter- oder Arbeitskonstrukt Nexus hingegen ist ganz cool. Da kriegt ihr einfach alles drumherum immer einen Buff. Ähnlich wie bei Alchemisten-Turm, einfach rein damit, weil es gibt einfach viel Zeug. Ich finde es aber, wie gesagt, hier nicht gut genug. Ihr habt natürlich viel Sachen, die irgendwo Waffen, die ihr, hier die beiden müssen ja im Kampf nutzen, aber trotzdem, wenn ihr damit gut spielt, die Kämpfe lang genug gehen, dann geht das glaube ich. Aber also ich habe ja nur eine Einheit in Verzauberung dabei. Und wir haben erfahren, Kriegsschmied, dass alle Konstrukte werden gewafft, mit einer Verteidigung. Ja, und 10 AP halb pro Runde, ja. Und die Affinitäten sind Materium und Ordnung. Finde ich meh. Ja, meh heißt C. Also ich finde das nicht gut, das Buch. Gehen wir dann zum Feennebel, da sieht das wieder ganz anders aus. Ja, Feennebel. Allein der Dunsling ist halt einfach super geil. Also wirklich ein absolutes Powerhouse von einem Vieh. So ein Plänkler-Einheit, die diese ähnliche Antakka hat wie der Greml nennen. Mit Feen-Trick. Können aber auch immer negativen Schausseffekte zufügen. Habt drei Damage-Types, also Schadenstypen. Drei Stück. Ihr habt einen Nahkampfangriff, also Dunschschlag, der auch einmalig ist, aber halt drei, äh, 26 Schaden macht. Und euch dann auch nochmal zurückteleportiert. Das heißt, ihr könnt sofort aus der Reichweite heraus. Super stark. Ich könnte niemals drei Schläge mit dieser Einheit eigentlich abbekommen, was schon sehr, sehr, sehr stark ist. Also das ist schon sehr cool. Generell hat die, der Dunsling natürlich noch das mit dem Nebel und sowas. Das heißt, ist auch schwerer zu treffen teilweise. Das steht jetzt hier, glaube ich, nicht alles dabei, weil, ne, die gesamte Liste findet man ausrasten. Ich gucke da nur rein, wenn ich wirklich was gar nicht mehr weiß. Ich weiß halt, der kriegt irgendwie diesen haften Nebel. Dadurch kriegt er noch mehr Buffs und dieser haften Nebel bringt ja weniger Trefferchance für die Gegner. Das heißt, eine extrem ätzende Einheit. Ich kann mir gut vorstellen, die auch im Multiplayer extrem stark ist, aber da könnt ihr mir ja vielleicht mal berichten. Ja, Unterstützungseinheiten Fehlensägen. Fehlensägen ist sehr stark, weil ihr haften Nebel bekommt. Das ist das, dass ihr schwer getroffen werden könnt. Was ganz gut ist, heilt. Kostet keine Aktionen und gibt auch noch einen zufällig positiven Status-Effekt. Ganz cool, aber es hat nur für Unterstützungseinheiten. Ja, werdet ihr vielleicht mit Unterstützungsletsplay dann noch sehen. Das ist cool, aber halt nur für Unterstützungseinheiten ist insgesamt also nicht so stark, aber trotzdem ganz okay. Dann haben wir Nebelwolken, dann kriegen wir zwei zufällige Buffs, die verbünden eine, die da drin stehen und wir kriegen wieder haften Nebel, also wir sind wieder schwer zu treffen und wir können Arglis des Fehlenswesen bekommen. Wenn wir dann Nebelwolken stehen und verdeckt sind, kriegen wir auch noch Status-Effekt dazu. Sehr cool und wir können nicht von haften Nebel betroffen werden und so weiter. Das heißt, eigentlich kontert man damit das schon wieder, was das Buch bietet und hier kriegt ihr die Zielprovinz Nebel. Sieht ganz cool aus, kann ich nur empfehlen. Wir haben den fehlenden Wasserteich, Stadt, ah ne, das ist das, wodurch Nebelölf wird, Entschuldigung, das hier könnt ihr überall anwenden auf einer Provinz, wo er kämpft zum Beispiel oder so was. Bei fehlenden Wasserteich, da wird die ganze Stadt nebelig und ich 3 Mana pro Vers 2 angrenzen ist okay, aber das Nebelig sieht aber sehr cool aus, muss ich sagen. Das ist visual vom Aussehen her sehr cool. Vielen sehen, ist dasselbe wie wir das Sterbe des Nebels bekommen für unsere Hellen. Kann man auch mal mitnehmen, wenn man möchte. Immer sehr stark, diese Einheit hier allein ist schon sehr stark. Ja, ist halt trotzdem jetzt kein S-Buch, also in meinen Augen gibt es da einfach kein S-Buch, vielleicht bin ich auch einfach zu anspruchsvoll, ich weiß es nicht. Was hätte ich erwartet für ein S-Buch? Also vielleicht durch Buch der Winde vielleicht noch upgraden, das könnte man schon sagen, aber Buch der Winde hat halt keine krasse Zauber oder ein krasses Gebäude dabei, von daher muss ich mich ja auch nicht verbiegen. Also für jeden Buch ist auf jeden Fall auch A, finde ich auch eine sehr coole Sache, gerade der Dunsling, er hat sich sehr gut gespielt, kann ich nur so unterschreiben. Ja, ist für mich irgendwie nichts dabei, also nichts so, wo ich sage, boah krass, irgendwie das ganze Paket insgesamt, heißt aber nicht, dass ihr das anders empfinden könnt, ist ja klar, ich bin ja einfach nur ein Dulli, aber da fehlt mir irgendwie so ein Paket, wo du wirklich hier wie hier eine super Einheit, ein super Gebäude und eine super Einheit für Zauberung oder Transformation hast und in meinen Augen gibt es das bei einem Buch oder Level 2 nicht, von daher, könnt ihr mal eure Meinung sagen, wisst ihr uns mal das zu tun, habt Daumen hoch, Abo und so weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal, hau rein!